So, ich habe mir jetzt mal eine Aufgabe gemacht, hier in der Silberstadt aufzufahren und während es nachher runter geht auf der Fahrt, einige Trinksprüche von mir zu geben. Jetzt im Augenblick ist ja noch Kaffeefahrt. Klick mit dem Wetter immer auf. Und jetzt mal gucken, was mir so alles einfällt im Unterfahren. Weil ich finde, das Ganze ja relativ müde. Ähm, äh, also da vorne geht es jetzt irgendwann mal runter. Ei, 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 ei. Gut, jetzt sitz. Juhu. Wer einmal kann nur wochenlich und möchte noch zählen, denn wenn ich den Neckermann, den Neckermann macht es möglich. Das Helein naht am Baum, die Rinde. Der geile Krauts, die Monatsrinde. Wer nicht liebt, weint, 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 weint und gesandt, der schont, sei, schweig. Ehm, ja, drei M-Pios im Butterleum. Und dann plötzlich raschend in der Spalte. Und Karte weg, jetzt kommt der Alte. Ein Bauer schnell am Schweinentor und binde durch die Ritze. Dahinter fällt die Setze um. Hüb weg, war feinische Ritze. Ein Mädchen ging mal Pilze pflücken. Da muss sich dabei das Mal schütteln. Jetzt stillt sie. Scheiß Pilze. Der Hele hat es missgeschickt, weil seine Kinder folgend sind. Nicht nur die Frau, die so alleine, auch die Verwandtschaft. Alle Schweine. So. Ja, das war's. Es war erbaulich, es war schön, erfrischend. Ja, das war's.